Ihr Lieben, heute ist der 31.07. und da ist vor 54 Jahren etwas ganz Besonderes passiert. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch nach dem Intro. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf RUMtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Quizfrage, was hat RUM mit Piraterie und der Royal Navy zu tun und warum verbinden wir alles, was mit RUM zu tun hat, irgendwie auch mit Segelschiffen und Piraten? Dafür gibt es einen Grund und zwar ist die British Royal Navy sehr groß daran beteiligt gewesen in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten, dass wir immer, wenn wir irgendwie an Seefahrt denken, auch an RUM denken müssen. Und der 31.07. ist ein ganz besonderer Tag im Hause der British Royal Navy, denn heute wird, ich hätte was gesagt, gefeiert. Wir betrauern den sogenannten Black Tod Day, denn vor 54 Jahren wurde der Alkoholausschank in der British Royal Navy abgesetzt. Und ich möchte euch mal erzählen, wie es dazu kam. Der Port Narrow, den ich mir hier eingeschenkt habe, mein eigenproduzierter RUM, den habe ich tatsächlich aus gutem Grund gewählt. Denn die Geschichte bei Port Narrow spielt zwar mit einer imaginären Royal Navy, aber auch da sind Piraten und die Royal Navy bzw. die Segelschiffe der Königin Mittelpunkt der Story. Und auch da hat irgendwie alles mit Piraten und mit der Navy zu tun. So, deswegen passt das perfekt hier rein. Und die British Royal Navy, da habe ich mal direkt einen Text für euch. Ich habe nämlich ein paar Sachen herausgesucht hier für euch. Die British Royal Navy, die ist bekannt, weil sie halt die Handelsrouten damals geschützt hat. Das heißt, die Handelsrouten zwischen der Karibik, zwischen den Neuen Welten und dem europäischen Festland. Und sie haben dort auch für Ruhe gesorgt. Sie haben die Piraten in der Karibik bekämpft und haben für die Handelspartner, also die britischen Händler, haben sie Ruhe und Sicherheit besorgt. Dadurch, dass sie halt die Piraten bekämpft haben. Beide Parteien schenkten sich übrigens witzigerweise RUM ein, haben der Besatzung RUM ausgeschenkt über die ganzen Jahre. Und bei der British Royal Navy geschieht das seit 1655 oder geschah vielmehr. Denn das gehört ja auch zu dem, was wir heute quasi lernen werden gemeinsam. Denn das Ganze ist Geschichte mittlerweile. Ihr Lieben, ich stoße an auf euch und hier diesen kleinen Vortrag. Dann wisst ihr alles über die British Royal Navy und den Black Tod Day. Also Prost. Herrlich süß. Nach Beere, nach Rosine, nach Traube. Schaut euch das Video an. Port Nero. Es gibt keinen besseren. Und das sage ich, weil ich ihn selber herstelle. So. Was? Ich zeige euch ein Bild. So. Und dann machen wir weiter. Was halt ganz wichtig war damals, war, dass die British Royal Navy, wie gesagt, die Handelsflotte beschützt hat. Und das hat ihr den Ruf eingebracht, beziehungsweise hat dem RUM den Ruf eingebracht, dass er ein typisches Seefahrergetränk war. Denn es gab ein Problem bei der Haltbarkeit der Flüssigkeiten. Zu Anfang wurde tatsächlich RUM, Entschuldigung, zu Anfang wurde tatsächlich Bier ausgeschenkt. Ich habe hier mal so eine, sagen wir mal, gezeichnete, ein gezeichnetes Bild, wie ihr seht, dass den Matrosen Bier ausgeschenkt wurde. Das Bier hatte allerdings ein Problem. Es hielt nicht ewig. Ganz im Gegenteil. Es war gerade in Hitze nur sehr begrenzt in diesen Holzfässern überhaupt haltbar. Und deswegen war Bier immerhin schon besser als Wasser. Aber immer noch gefährdet, schlecht zu werden, umzukippen, schimmlig zu werden, modrig zu werden. Und deswegen hatte man Glück quasi, als man dann an die neuen Welten herankam und dort auch neue Jagdgründe, was die Flüssigkeiten angeht, gewonnen hatte. Irgendwie kriege ich den Satz nicht mehr sinnvoll zusammen. Es gibt nämlich dann, oder seit sie auf Amerika gestoßen sind, gab es dann ja auch Länder wie Panama, Barbados und Jamaica. Und Jamaica war ein Land, das hatte England als eines der Ersten erobert. Und da kam der feinste Stoff her. Das hier, ihr Lieben, ist Jamaika rum. Und das ist ein schöner Jamaika rum, ein Einsteiger Jamaika rum. Deswegen zeige ich euch den auch hier im Video mal. Ein Einsteiger rum, der witzigerweise Navy Island heißt. Die Navy Island, also die Insel, ist eine vorgelagerte Insel, die sehr wichtig war tatsächlich als Stellung, um Jamaika zu verteidigen. Und diese Insel hat auch in den Jahren immer mal wieder den Besitzer gewechselt. Und nun hatte halt die British Royal Navy Zugriff auf Rum. Und das war halt sehr viel besser. Denn ich zeige euch hier mal wieder eine Zusammenfassung. Ich zeige euch mal wieder ein neues Bild. Im 17. Jahrhundert hatte man halt dieses Bier zur Verfügung. Und da bekam übrigens jedes Besatzungsmitglied jeden Tag eine Gallone. Und anschließend um 1650 wechselte man dann kurz zu Brandy und 1655 wechselte man dann anschließend, nachdem Jamaika erobert wurde, zu diesem Rum. Der Rum wurde dann erst einmal tatsächlich sehr viel später, fast 100 Jahre später, offizieller Teil der Bordverpflegung. Trotzdem war er seit 1655 immer mit dabei, beziehungsweise es war halt die einzige Möglichkeit, tatsächlich so weite Entfernungen zu bewältigen. Und deswegen war der Rum halt gerade, wenn man nach Amerika rüber geschifft ist, dann war dieser Rum immer dabei. Okay, 1979 hat dann sogar das Versorgungsamt, das britische, der British Royal Navy offiziell angewiesen, Rum zu verwenden. Und auch dem Brandy, der teurer war tatsächlich in der Produktion, den Brandy sein zu lassen. Und damit wurde dann karibischer Rum, Jamaika Rum und auch andere Rums, die aus Guyana kamen zum Beispiel, also typische englische Kolonien. Denn diese Rums wurden offizieller Teil der British Royal Navy und deren Vorräte tatsächlich. So, als nächstes, jetzt muss ich mich tatsächlich bei ihm selber orientieren, was denn war. Genau, als nächstes war das Problem der Mängel. Wir haben hier Jamaika Rum. Und, oh, der riecht übrigens sehr funky. Also das ist ein cooles Zeug. Schaut euch das Video an hier, der Navy Island, den habe ich vor langer, langer Zeit gemacht. Der ist wirklich ein guter Rum und den habe ich schon seit langem am Lager. Deswegen ist das Video auch schon recht alt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Die Rationen. Das fand ich mal ganz interessant. Wie viel wird eigentlich ausgeschenkt an die jeweiligen Besatzungsmitglieder? Beziehungsweise wie viel wurde ausgeschenkt? Denn damit ist der Schluss seit heute vor 54 Jahren. Wie viel wurde ausgeschenkt? Und da habe ich hier mal den kleinen Text. Und nachher zeige ich euch das kurz in einer Tabelle. Da wird es noch übersichtlicher. Denn 1655 war es ein halber Pint. Also circa 284 Milliliter pro Tag. Und 1740 wurde das Ganze dann, und das ist ganz interessant, wurde das Ganze dann verdünnt. Und ich habe hier einen Pint. Das sind 0,2, ungefähr 0,2 CL. Und das passt perfekt. Und ich habe vorher hier vier Teile Wasser vorbereitet. Und jetzt werde ich mir den Grog herstellen. Denn ihr habt es hier gelesen, gerade in den Notizen. Admiral Edward Wienem oder Wiemont befahl die Verdünnung des Rums mit Wasser. Und dadurch entstand der Grog. Und das Mischungsverhältnis, das war damals 1 zu 4. Also wirklich dünn. Wir hatten aber einen, die Seeleute hatten einen Vorteil. Ich habe ja jetzt hier 40%igen genommen. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Ganz so schlimm war es dann nicht. Aber es verändert den Geschmack und es riecht witzigerweise trotzdem noch funky. Sehr cool. Prost, ihr Lieben. Farbiges Wasser mit Geschmack. War nicht mehr so toll. Aber der Vorteil war halt tatsächlich, dass, oder der Vorteil für die Seeleute, die vielleicht doch noch betrunken werden wollten. Es gab, es gab ein weiteres Problem. Und zwar, wo habe ich es, wo habe ich es, wo habe ich es. Und zwar, die Admiral Strange, wenn die Leute Party gemacht haben auf dem Schiff, beziehungsweise sie waren angetrunken, sie hatten die ganze Zeit immer Rum im Blut. Da geschah es dann halt nicht selten. Das hier ist mal so exemplarisch das Bild. Geschah es natürlich nicht selten, dass das Pulver, das Schießpulver Kontakt bekam mit dem Rum. Und da war es natürlich ein Problem. Wenn der Rum ausgeschüttet wurde aus den Fässern, womöglich auch aus den Vorratsfässern, dann brannte das Schießpulver nicht mehr. Beziehungsweise es hätte nicht mehr gebrannt, wenn man nicht nach einem Trick gegriffen hätte, sozusagen. Denn man hat die sogenannte Gunpowder Proof, also die Stärke genommen, die man benötigt, damit das, wie heißt es dann auf Deutsch, dass das Pulver jedenfalls trotzdem immer noch brennbar war. Ich habe hier zwei Flaschen. Die eine ist fast leer. Ich wollte euch die volle Flasche einmal zeigen. Das hier ist Passers Rum Gunpowder Proof. Und dieser Gunpowder Proof hat halt eine Stärke, die so hoch ist, dass, was hat dieser genau? Das war 54% und der hat halt so eine Stärke, dass es trotzdem weiter brennen würde, auch wenn, also das Schießpulver brennen würde, auch wenn dieser Rum dort hineinfällt, hineinläuft. So, und zum Namen Passers Rum deshalb, weil der Zahlenmeister, der sogenannte, also der Passer eines Schiffes, dafür verantwortlich war, zu sehen, dass er das Geld richtig anlegt und dass vor allen Dingen auch nicht der Rum gestreckt wurde. Er war dafür verantwortlich und er würde Kiel holen müssen, wenn er tatsächlich nicht dafür gesorgt hätte, dass der Rum die nötige Alkoholstärke hat. Kiel holen bedeutet, dass man bei fahrendem Schiff unter dem Schiff an einem Seil durchgezogen wird und die meisten, oder das überlebt im Grunde keiner. So, das heißt, das war ein Todesurteil. Geprüft wurde das Ganze tatsächlich, indem auf ein Fass Schießpulver, so war nämlich das Wort Gunpowder, Schießpulver genommen wurde. Dann wurde etwas Rum da drauf getropft aus den Fässern, die mitkamen und dann wurde das Ganze angezündet. Und wenn es brannte, dann war es Gunpowder, dann hatte es Gunpowder Proof. Proof ist die englische Maßeinheit für Prozentvolumen, also hatte es dann genug Proof, um zu brennen und das war dann des Passers Rettung sozusagen, wenn er dafür gesorgt hatte. Passers Rum ist ein, man kann es hier auch sehen, ein englischer Rum. Könnt ihr das an der Fahne erkennen? Ich kann das ja mal eben hier nach vorne auf die vordere Kamera mal eben kurz zeigen. Da ist die Flagge der Virgin Island drauf, dem englischen Teil der Virgin Islands. Admiral Strange, bei der Party, das war der Stichpunkt, wird Rum verschüttet, beziehungsweise es könnte passieren. Ich zeige euch jetzt mal, was der Vimon oder Wammen, wie wollen wir ihn nennen, Admiral Edward Wammen, was der gemacht hat. Der hat den Grog erfunden und in der Geschichte der British Royal Navy wurde tatsächlich der Alkoholkonsum zumindest immer weiter reduziert. Ich zeige euch da mal eine Tabelle, die ich erstellt habe extra. Das hier ist der Zeitraum, wann wie viel tatsächlich ausgeschüttet wurde. Und da gab es zu Anfang tägliche Rationen von 284 Milliliter, die übrigens einmal morgens und einmal abends ausgegeben wurden. Und von 16.55 bis 17.31 war das Ganze noch unverdünnt. Dann wurde das Ganze 1 zu 4 verdünnt. Dann um 1824 war es plötzlich nur noch halb so viel. Da wurde die Menge reduziert. Und ab 1850 wurde das Ganze dann noch mal reduziert. Und mittlerweile hatten wir da nur noch einen Achtel Pint, also 71 Milliliter. Und die wurden auch nur einmal am Tag ausgeschenkt. Und das, ihr Lieben, und jetzt schließt sich magischerweise der Kreis, 71 Milliliter sind ein Tott. Und dieser Tott wurde also immer weiter ausgeschenkt. Und zwar so lange, bis man dann gesagt hat, okay, vielleicht ist es der Gesundheit der Navy nicht ganz so zuträglich. Vielleicht sollten wir da irgendwie eine Möglichkeit finden. Und dann hat man eine Möglichkeit gefunden, wie man dem Ganzen eventuell Herr werden könnte. 1848, ihr Lieben, 1848 konnten die Besatzungsmitglieder dann wählen zwischen Rum oder Tee mit Zucker. Ich weiß nicht, ihr Lieben, wie ihr das seht, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Tee und Rum. Die meisten Seemitglieder, da hätte ich fast gesagt, die meisten Besatzungsmitglieder haben sich wohl für Rum entschieden offensichtlich. Denn das Problem ging weiter. Das Problem war aber damit nicht aus der Welt. Es passierte aber noch etwas und wir kommen der Geschichte langsam immer näher, denn wir sind mittlerweile bei 1918. Also sind wir schon von 1655 bis 1918, haben wir es schon geschafft. Ich zeige euch das nächste Bild sozusagen. Denn 1881 war es nämlich so, dass die Rumration für die Offiziere abgeschafft wurde. Und 1918 wurde dann sogar der Varant-Offizier, also der Deck-Offizier, nicht mehr mit Alkohol versorgt. Das heißt, man hatte zumindest erkannt, dass die Personen, die maßgeblich an dem Ausgang eines Krieges beteiligt waren und vor allen Dingen auch Entscheidungen treffen mussten, dass die doch lieber mal nicht so viel trinken sollten. Und deswegen wurde zumindest für die Admiralität der Ausschank des Rums eingestellt. Aber um natürlich die Besatzung trotzdem weiterhin kampfgelassen zu machen, das war natürlich auch eine Idee, kampfgelassen zu machen, hat man noch nicht davon abgesehen, der Besatzung den Alkohol wegzunehmen. Das Ganze hat dann noch länger gedauert. Und da kommen wir dann zum nächsten Thema. Denn Christopher Mayhew hat dann plötzlich, und jetzt sind wir mit einem Schlag, mit einem Schlag schon bei 1969, Christopher Mayhew, der hat eine Frage gestellt. Und zwar im Admiralitätsgremium hat er die Frage nach der Verträglichkeit gestellt, wie sinnvoll es denn eigentlich ist, Mitglieder der British Royal Navy, die Flugzeugträger steuern, die schweres Kriegsmaterial dabei hatten. Es gab einen Reporter, der hat mal zusammengezählt, dass die Besatzung der British Royal Navy unter normalem täglichen Alkoholeinfluss nicht am Straßenverkehr hätte teilnehmen dürfen. Aber schweres Kriegsgeschütz durften sie steuern. Und da war einfach die Sinnhaftigkeit in der modernen Marine nicht mehr miteinander vereinbar. Und deswegen kam es 1970 zu dem Schluss, dass Alkohol in der British Royal Navy abgeschafft wurde. Aber das war ein Eklat. Und auch da habe ich noch mal was für euch vorbereitet. David Owen, den Namen müsst ihr euch merken, der war nämlich damals der Sekretär, der Marine Staatssekretär, der verteidigt hat, dass die Abschaffung passieren muss. Also er war dafür. James Wellbeloved, der hatte allerdings noch mal irgendwie die Hoffnung, dass das Ganze nicht abgeschafft wird. Denn er hat am 28. Januar 1970 eine Debatte angestoßen. Und zwar im House of Commons, also in der Regierung der Engländer. Hatte dort eine Debatte angestoßen. Und da ging es wohl vehement zu. Es soll da wohl... Also der Tag ist mit in die Geschichte eingegangen, als einer der turbulentesten Tage in der Regierung, im Parlament. Und das war wohl mega heftig, was da abging. Und am Ende konnte er es nicht verhindern. Am 31. Juni 1970, Juli natürlich, Juli 1970, kam es dann zum Black Todd Day. Und da seht ihr auch hier übrigens der Admiral of the Fleet, Sir Michael Le Fanu. Der hat als erster Sea Lord, also als erster Führer der British Royal Navy, unter seiner Leitung die Rumration abschaffen müssen. Und er musste das Ganze organisieren. Am 31.07. 1970 war es dann passiert. Und heute haben wir den 31.07.2024. Und damit ist es genau 54 Jahre her. Ihr Lieben, dieser hier geht auf euch, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt. Ich habe aber gleich noch eine Eckdate. Ich habe noch eine, wie sagt man, eine Folie vorbereitet. Die werde ich euch gleich nochmal zeigen. Denn es gibt ja noch andere Länder. Aber die werden wir nur kurz mit den Daten ankratzen. Aber der hier geht an euch. Rumtastisch.de. Schaut da mal vorbei. Wenn ihr zum Beispiel Tastings haben wollt. Dieses Thema ist Thema meines Rumtastings. Wenn ihr mich bei euch zu Hause haben wollt, dann schaut da gerne mal vorbei auf rumtastisch.de. Habe ich nicht auch irgendwie hier so eine, ich glaube, das hier ist, glaube ich, die Mastige. Genau, Rumtasting bei dir im Wohnzimmer. Es gab aber noch andere Länder. Ich wollte aber eben was trinken. Auf euch. Oh, herrlich süß. Bester Rum. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wer dir den Überblick behalten hat zwischen meinem ganzen Tischchen-Spielereien hier. Welchen Rum ich jetzt gerade ausgetrunken habe. Schreibt das mal in die Kommentare. Und jetzt zeige ich euch die letzte Maske, denn es gab auch noch andere Länder. Da war das Chaos aber nicht so groß. Die haben das so still, klamm und heimlich sozusagen eingestellt, das Thema. Bei den ersten, die waren noch vor den Engländern, sogar bei den ersten Navies, da wurde da noch nicht mal das Datum notiert. Ich zeige euch mal hier die passende Folie dazu. Und zwar wurde da quasi nur das Jahr geschrieben. Die US Navy hat 1862 ihren sozusagen ihren Black Tod Day gehabt, wobei ich da nicht die Menge recherchiert habe, die sie täglich ausgeschenkt bekommen haben. 1921 war die Australian Navy dran, dann 1970 unter großem Tuwawu, der eigentliche Black Tod Day, der 31.07.1970, dann der 31.03.1972, da war Kanada dran, also die Canadian Navy und anschließend 1990 die Royal New Zealand Navy. Alle haben sie irgendwann eingepackt, alle haben sie Dutt gehauen und haben keinen Rum mehr ausgeschenkt, was ich ehrlich gesagt mit den heutigen Waffen, die da am Start sind, auch durchaus sinnvoll finde. Wie findet ihr es? Schreibt das mal in die Kommentare. Wie fandet ihr hier diesen kleinen Vortrag? Habe ich irgendwas vergessen mit aufzuzählen? Und abonniert rumtastisch.de slash live. Abonniert hier diesen Kanal, weil dann werdet ihr das nächste Mal dabei sein, wenn es wieder live ist. Wie gesagt, ich sende jetzt gerade live, das heißt, ich werde den Stream jetzt weitermachen, aber für euch, die ihr das fertige Video anschaut, ist an dieser Stelle Schluss und deswegen sage ich mit einem Rum, den ich hier noch stehen habe, ach hier, da. Dürft ihr mal in die Kommentare schreiben, anhand der ist ein bisschen brauner, die hier war, der hier war rötlich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, mit was ich hier jetzt anstoße. Also nüchtern bleiben, Prost ihr Lieben.